so was wir im schulzentrum und tag gisela guten tag hat der kehrer mann manfred so dann weiter geht es im text ja komm fahrt fahrt kommt kommt schnell 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 leute ich habe ich habe einen fahrplan einzuhalten macht hinne hoch troll hier vorn komm gib hinne mach gas es ist wirklich schlimm wenn autofahren es ist es ist ja übrigens ich habe in der kohle in zwei wochen die praktische autoprüfung und ich erhoffe mir natürlich auch sehr durch durch das sind auch autofahre mehr praxis auch zu bekommen auch das autofahren und eventuell mache ich vielleicht ein paar reviews auch von meinem auto wo ich dann haben werde was mich gerade zur nächsten frage bringt an euch wie immer alles bitte in die kommentare dann bin ich auch dringend informiert bin oder per privatnachricht wenn ihr das öffentlich haben möchte oder wollt was findet ihr als erst auto gut findet ihr als beispiel ein skoda gut für anfang oder ein anderes auto da findet ihr das skoda total doof von der herr mercedes ist eine haltestelle stadt bücherei modstadt oder was findet ihr für ein auto angebracht für einen fahranfänger das könnt ihr mir wirklich alles in die kommentare schreiben da bin ich auch best informiert drüber weil ich bin ich bin am aussortieren gerade also ich tue mich da wirklich sehr schwer weil ich schwank so zwischen allererster a klasse bauer 95 vw golf ja zwischen denen schwank ich oder könnt ihr vielleicht noch ein auto was noch passen würde oder findet ihr die dass die ganzen autos nicht so der hit sind oder habt ihr vielleicht eine andere marke suzuki skoda opel opel zum beispiel opel corsa wäre auch eine interessante geschichte für mich aber sie sind halt der anschaffungspraß günstig aber ja es ist auch immer eine frage des kleingeldes gerade auch was die ersatzteile angeht nächste haltestelle friedrichstraße das wäre ansonsten fast ein rollstopp gewesen das wäre ansonsten fast ein rollstopp gewesen mit einsteigen Dankeschön fürs warten Nächste Haltestelle, Baldenthek. So, schauen wir mal. Fast 4 Minuten Verspätung ist natürlich auch aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens. Beziehungsweise es gibt ja auch ziemlich viele Leute, die unterwegs waren. Es war wirklich nicht einfach so einen Fahrplan einzuhalten. Ich entschuldige mich hier wirklich bei allen Leuten. Ja, was mir natürlich auch interessieren würde, das gerade bei der ganzen Gelegenheit ist, findet ihr, ich soll weiter Omsi-Let's Plays machen und dann findet ihr es eher überflüssig, doof. Schreibt einfach eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Ich bin natürlich wirklich für euer Feedback dankbar. Je mehr Feedback ich kriege von euch, desto besser werde ich auch natürlich. Guten Tag. Das finde ich wirklich hilfreich, dass die Autos immer warten. Nächste Haltestelle, viersten Platz. Es gibt ja immer wieder auch Autofahrer, obwohl der Bus blinkt, fahren und dann macht es Wumms. Das finde ich immer wieder ganz schlimm. Wenn die Autofahrer einfach nicht warten können, sondern auch immer mal wieder Gas geben müssen, es muss zum Gehen nicht mehr. Das ist genauso wie die Autofahrer auf der Autobahn, die meinen, sie müssten links 100 fahren. Also solche Leute müssen vielleicht etwas im Verkehr ziehen, weil es kann es aber nicht sein. Links ist bei der Autobahn immer eine Überholspur und nicht eine Schneichspur. Da gibt es so viele Sachen, wo ich jetzt nicht mehr wieder aufregen könnte drüber. Weil es kann es einfach nicht sein. Es war eigentlich fast ein bisschen zu schnell gewesen. Hol, die Waldfee. Eieieiei, das war natürlich knapp. Immer noch vier Minuten zehn Minus. Heieieiei. Obwohl ich so schnell gefahren bin. Naja, es geht ja hier darum, dass die Frage ist, dass ich sich wohlfühlen und nicht, dass es ein Heieiei, ne? Ich will schon was meinen. Und nicht, dass sie durch die Gegend geschleudert werden. Was mich mal noch interessieren würde, der kommt schon rein? Das ist endlich mal ein Back der Übelsten Sorte. Nächste Halterstelle. Ostrampe. Ich habe mir natürlich auch so im Vorfeld noch ein paar Gedanken gemacht. Gerade auch, wenn es um die Community geht. Ich bin ja jemand, der, wie viele von euch wissen, der Community offen ist. Also der wirklich auf euer Feedback eingeht. Und keiner, der sagen wir zwar erst ab 100 Daumen nach oben oder erst ab 100.000 Abonnenten kommt nicht mal in den Finger. Da gibt es ja leider Gottes zu viele davon. Also es gibt einige YouTuber, die einfach sehr sehr viele Leute verarschen. Bei uns. Bye.